Untertitelung des ZDF, 2020 Das war natürlich ein großer Schock für Sie. Aber bei allem Verständnis, einiges reimt sich hier einfach nicht. Sie kam wegen Ihres Mannes. Er ist der Patient. Waren Sie denn nicht am 7. Nachmittags um halb vier bei Dr. Swanson? Aber nein, ich habe Ihnen doch gesagt, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Aber er kennt Sie. Ein kranker Mann, fürchte ich. Ist es Ihrer Ansicht nach denkbar, dass ein geistig normal wirkender Mensch einen Mord begeht? Ohne es zu wissen. So, das wäre also. Sie sagten doch, dass Sie das Mädchen nicht kennen, das Herrn Fielding erschossen hat. Ja. Barbara Smith hat sich vergiftet. Sie sind schon unterwegs ins Krankenhaus mit dir. Sie war noch kurze Zeit bei Bewusstsein und hat dringend nach jemand verlangt. Nach einem... Harry Brent. Brent? Ja, Harry Brent. Ich glaube, wir sind auf einer Spur. Darf ich fragen, wer sich hier reingelaufen hat? Ja. Halbster?